Er ist Reisebegleiter des Papstes und lebt seit über 30 Jahren in der ewigen Stadt. Vom Trevi-Brunnen über das Pantheon bis zum Vatikan. Heute nimmt er uns mit in die geheimen Ecken von Rom. Wir freuen uns auf ungewöhnliche Reisetipps von Journalist und Bestsellerautor Andreas Englisch. Aber Andreas Englisch wird dir jetzt auch gefallen. Das ist der Turbosprecher. Und wir beide haben uns geeinigt, der redet ja immer so wahnsinnig schnell. Und ich verstehe ihn dann immer so schlecht, dass ich dann ab und an mich mal dazwischen werfe. Mit meinem ganzen Körper quasi da reinwerfe. Ich werde so langsam sprechen, wie ich irgend kann. Das war jetzt schon sehr langsam. Seit drei Jahrzehnten lebst du mittlerweile in Rom und gehst als einer der renommiertesten, wenn nicht der Vatikan-Experten. Und du bringst uns heute ein sehr schönes Buch mit. Da geht es natürlich auch um den Vatikan. Aber letzten Endes geht es darum, eigentlich ist es wie so ein Reiseführer durch Rom. Und das machst du mit deinem Sohn zusammen, ihr Vater mit dem Fahrrad durch Rom. Und du entdeckst so geheime Orte. Und warum, fangen wir mal gleich so an, warum ist Rom eine absolute Reise unbedingt wert, Herr Reiseführer? Das ist ganz einfach zu beantworten eigentlich. Aber ich würde gerne mal sagen, ich bin seit 30 Jahren in Rom. Ich habe meine drei Päpste auf über 50 Auslandsreisen begleitet, habe viele Bücher darüber geschrieben, die die Menschen gut fanden, Gott sei Dank. Deswegen waren das viele Bestseller. Aber ich wollte immer ein Buch über Rom schreiben, weil ich das immer als ein großes Geschenk empfunden habe, dass ich mein ganzes Erwachsenenleben in Rom leben durfte. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Westfalen. Und das ging aber nicht, weil alle mal gesagt haben, die Leute wollen von dir Papst, du schreibst kein Buch über Rom. Und ich habe mich dann irgendwann durchgesetzt und gesagt, ich möchte. Ich habe so vielen Menschen diese Stadt gezeigt und ich habe gemerkt, wie glücklich die das machte, wenn man denen die Geschichten erzählte. Man sagte, ich kann euch diese Stadt lebendig machen. Dann durfte ich das schreiben, mein Rom. Und das war ein riesen Bestseller. Und dann habe ich ganz viele Zuschriften gekriegt und gesagt, erzähl doch mal dein Geheimnis Rom. Erzähl doch mal das, was die Leute nicht kennen. Und dann habe ich diese Reise gemacht und habe gesagt, erzählst du mal einfach die Geschichten, was diese Stadt alles zu bieten hat. Und ich nehme mich jetzt einfach mal mit. Okay, wir steigen ein. Wir treffen uns am Kolosseum. Und wir geben vom Kolosseum. Ich werde dir jetzt erklären, warum du Silvester feierst. Weil die Geheimnisse der Stadt Rom haben ganz viel mit dem Leben von uns allen zu tun. Wir gehen vom Kolosseum los. Wir gehen zum Forum Romano. Da sind nur ein paar hundert Meter. Da gibt es eine kleine Kirche, die wiederentdeckt worden ist. Und diese Kirche steht über einer Höhle. Und das ist die Kirche der Befreiung. Und man weiß aber nicht genau, wer davor befreit worden ist. Und befreit worden ist die von einem großen, bunten Tier. Dieses große, bunte Monster lebt angeblich zur Zeit von Kaiser Konstantin. Und das frisst ganz viele Menschen. Und Kaiser Konstantin ist ganz verzweifelt und überlegt sich, ich muss jetzt dieses Monster irgendwie in den Griff kriegen. Und dann sagt man ihm, es gibt einen Chef der Christen, einen Papst. Das ist der Mann im Wald. Silva heißt auf Latein Wald. Und Silvester heißt der Mann aus dem Wald. Also geht Kaiser Konstantin in den Wald und holt den Mann aus dem Wald zu dieser Höhle. Und er hat aber nur einen Faden und sagt, ich gehe jetzt runter zu dem Monster. Und dann geht er runter zu dem Monster, wickelt den Faden um das Maul des Monsters und steigt dann 365 Stufen nach oben. Silvester bringt uns in das Licht des neuen Jahres. Und weil es diese Höhle und diese Kirche in Rom gibt, feiern Milliarden von Menschen jedes Jahr Silvester. Und wenn du das nächste Mal auf einer Silvesterparty bist und nicht weißt, was für das Wort er gemacht wird, denkst du, hey, ich kann dir erklären, warum es Silvester gibt. Also das hat mich an dieser Stadt immer fasziniert. Ich habe das großartig gefunden, dass die Stadt so viele Geschichten hat und man sich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, darin verliebt. Also man denkt ja immer, dass das alles unheimlich lange her ist, Rom klingt, hat sowas total Antikes. Das stimmt überhaupt nicht. So die modernsten Teile dieser Welt haben mit dieser Stadt Rom zu tun. Also du kennst sicher Google und Apple, klar, Weltfirmen. Die haben den Sitz in einer Stadt in Kalifornien, die heißt Copertino. Und dieser Copertino, Giovanni Copertino, führt zu einem der extremsten Prozesse, den es in Rom je gegeben hat. Weil dieser Giovanni Copertino, wird auch in einer Kirche in Rom, in der Nähe von Palazzo Colonna verehrt, dieser Giovanni Copertino konnte fliegen. Also wenn der einen Gottesdienst machte, dann geriet er in Ekstase und hob ab. Das habe ich bei, ja. Einen halben Meter bis zu acht Meter in die Kuppel. Deswegen wird er verhaftet, weil er als Scharlatan gilt. Also er soll verheftet, wird umgebracht werden. Es kommt zu einem Prozess in Rom vor der Inquisition. Die Inquisition sagt also das, was die da verbreiten. Sie fliegen kein großer Quatsch, der Kopf kommt ab. Und dann gibt es aber ganz viele Zeugen, die sagen, nein, nein, wir haben den Fliegensee. Der Richter sagt aber, nee, Unsinn, kein Priester kann nicht fliegen, alles Blödsinn. Das ist Schluss. Und dann gibt es einen seltsamen Einschnitt in diesem Prozess, weil ein deutscher Fürst taucht auf. Das ist der Herzog von Braunschweig und Lübeck. Ein Wissenschaftler und der sagt, mein Landesteil war immer protestantisch, aber jetzt werden wir katholisch, weil ich habe den Fliegen sehen. Und dadurch wird Giovanni Cupertino heilig gesprochen. Und diese Stadt Cupertino, das Beispiel der Moderne für Google und Apple, kommt von diesem Giovanni Cupertino. Und was, wie gesagt, es hat aber, es gibt noch einen anderen Grund. Warte mal ganz kurz, ich will mal in die Runde reinfragen. Rom ist das, seid ihr da, seid ihr gerne, ja, trotzdem nach, ja, auch Israel, Tel Aviv, trotzdem kreist du auch mal nach Rom dann? Schon gewesen, jetzt schon lange nicht mehr, aber ja, aber klar, die ewige Stadt, Rom ist einfach, also mein Mann hat mal, Rüdiger hat mal ein halbes Jahr in Rom gedreht. Ich bin da so oft wie möglich hingeflogen. Es ist ein Traum. Also was ich faszinierend an der Stadt finde, du läufst durch die Stadt und überall diese, diese alten Gebäude und du fühlst dich aber sofort nicht abgeschlossen, sondern angezogen. Man denkt immer, man lebt auf einmal da. Ich war ganz oft im Forum Romano und spazieren, einfach stundenlang spazieren. Aber die meisten... Frau Fischer, dürfte ich denn auch machen? Herr Renat, ich bitte. Ich habe eine ganz andere Erinnerung, natürlich, das ist alles großartig, eine ganz andere Erinnerung. Wir haben in Rom gedreht, wie gut es es mal reagiert, und ich weiß nur, dass wir nur drehen konnten. Wir haben drei Tage nicht gedreht, weil die Mafia noch nicht bezahlt war. Das heißt, wir konnten nicht drehen. Das ist meine Erhebnisfahrung. Ehrlich? Wann war das? Oh, jetzt stellt mir doch ein Mann, in meinem Alter stellt man so eine Frage. Das war ich. Das war ich auch vergangen. Entschuldigung. Aber noch vor 2000. Aber das mit der Mafia ist natürlich auch immer interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das das erste Mal mitbekommen habe, ich bin seit 87 in Rom. Und ich war wahnsinnig jung, ich bin da hingekommen, ich hatte von Tuten und Blasen, keine Ahnung, ich wollte nur Italienisch lernen. Ich hatte auch nichts mit der Kirche am Hut, null. Ich habe in Hamburg studiert und ich komme aus dem Arbeiterhaushalt, bei uns gab es keine Kohle. Ich musste Geld verdienen sofort und auch in Rom musste ich Geld verdienen, weil ich sonst den Aufenthalt nicht hätte bezahlen können. Und nur, weil dort ein Aushang hing, da suchte eine Nachrichtenagentur, ein Vatikanfachmann, habe ich gedacht, da gehst du jetzt hin, du brauchst das Geld. Ich hatte aber, ich weiß, dass ein Einstellungsgespräch war, mein Chef sagte damals zu mir, sagen Sie mal, verstehen Sie denn was von der Kirche? Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung von der Kirche. Verstehen Sie denn was von Papst? Da habe ich gesagt, nein, ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt. Dann sagt er, ja, wir brauchen unbedingt einen Vatikanfachmann, waren Sie denn mal Mestina? Ich habe gesagt, ja, Mestina war ich. Dann sagt er, okay, Sie haben einen Job. Das ist absolut so. So kam ich da hin und als ich zum ersten Mal Johannes Paul II. getroffen habe, 1988, konnte ich kein Italienisch. Ich sprach gottenschlecht Italienisch und er sprach mich also an, als Letzten gab mir die Hand auf Italienisch und ich wusste, dass er gut Deutsch sprach. Dann hat er gesagt, heilig, tut mir leid, ich kann kein Italienisch. Dann sagte er, ach, ich dachte, Sie sind auch ein Vatikan-Experte, sind Sie von der Schweizer Garde und wollen mir mal die Hand geben? Dann hat er gesagt, nein, 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 ich bin auch ein Vatikan-Experte. Andreas, bitte beschlägt sich. Dann sagte er als Zweites zu mir, ich wollte ihn dann beeindrucken und habe gesagt, nein, ich kann kein Italienisch, aber meine Eltern sind aus Gleiwitz, Gliewicek, im ehemaligen Schlesien. Dann sagte er, ach, dann können Sie ja bestimmt Polnisch. Dann habe ich gesagt, nee, Polnisch kann ich auch nicht. Und dann sagt er, ja, und haben Sie Theologie studiert? Ich habe gesagt, nee, ich bin Sportreporter. Dann sagt er, ja, aber was machen Sie denn dann hier? Ich habe gesagt, ja, ich mache das nur als Vertretung, ich bleibe auch nicht so lange. Ich bin jung und brauche das Geld. Genau. So hat das damals angefangen und ich hätte nie gedacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in diese Stadt dann super schnell verliebt. Also jetzt ist wieder Sommer, wenn man mit der Vespa vom Meer kommt, das sind nur 20 Minuten. Also man kann mit der Vespa reinfahren in die Stadt, ich fahre dann in das alte Ghetto und da gibt es eine Pizzeria, die machen eine römische Pizza, ist super dünn, ganz, ganz dünn. Das ist die richtige. Nur mit Tomatenmarken, nichts anderem. Die kann man da pro Stück kaufen, kostet 1,50 Euro. Und wenn man sich dann auf die Vespa setzt und guckt diesen Weg runter im Ghetto, der geht runter zum Palast, also zu der Bücherhalle, die Augustus gebaut hat. Dann sieht man diesen Weg und denkt, über diesen Weg ist Paulus gegangen und auch Kleopatra. Da ist das Genie Raphael runtergegangen, um in der Kneipe Frauen aufzureißen und Michelangelo Buonarroti hat sich hier wahrscheinlich ausgedacht, wie die Sixtinische Kapelle aussehen darf. Und du kannst hier sitzen, du Junge aus Westfalen und siehst, wie abends die Sonne, diese Stadt mit 921 Kirchen und 248 Palästen in ein Honiggelb taucht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dann bin ich restlos glücklich. Das merke ich. Ich fühle mich da zu Hause. Ich bin da. Aber guck mal, Heinz Rennerk strahlt über das ganze Gesicht und ich würde da gerne mal bei der Mafia dranbleiben. Achso, ja, Entschuldigung. Also ich bin 87 nach oben gekommen und wir hatten, weil wir, also meine Frau, wir sind nur 32 Jahre verheiratet, aber wir sind auch schon lange verheiratet. Wir waren damals schon zusammen und wir hatten einen, ich sag dir, Automarke nicht, einen japanischen Kleinwagen. Diese japanische Konzern vertrieb dieses Auto in Italien aber gar nicht. Das gab es nur in Deutschland. Und unsere Lichtmaschine war kaputt. Also fahre ich dann mit zu diesem japanischen Hersteller und sag, ich brauche eine neue Lichtmaschine. Sag, das tut mir furchtbar leid. Das Auto gibt es nur in Deutschland. Wir kriegen sowas auch gar nicht nach Italien geliefert. Wenn Sie Ersatzteile brauchen, dann müssen Sie nach Deutschland zurück. Dann bin ich nach Hause und hab zu meiner Frau gesagt, um Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Und ich hab das dann in der Bar, in der wir morgens gefrühstückt haben, erzählt und hab gesagt, ich hab ein Riesenproblem. Also in dem Kellner, der Mann kannte sich dann ja ein Blatt Kaffee getrunken. Dann sagte der zu mir, was ist das für ein Auto? Ich hab gesagt, das Auto heißt so und so. Und was ist kaputt? Dann hab ich gesagt, ja, die Lichtmaschine. Dann sagt er, es gibt einen Mann, der heißt Sergio. Es ist vielleicht nicht so schlecht, wenn du mit dem mal sprichst. Der kommt nachher. Der passt in einer Weinbar auf die Kinder auf. Das hab ich dann auch gemacht. Ich bin da runter, da konnte man Wein kaufen, also aus dem Schlauch. War spottbillig, 600 Lire, glaube ich. Und da saß ein älterer Herr und spielte mit den Kindern. Und dann sagte er, das war so ein bisschen wie Audienz, wer sind Sie? Und ich hab gesagt, ja, ich wohne hier da vorne in der Straße. Ich hab gesagt, okay, was wollen Sie denn? Ich hab mal gesagt, ich könnte kurz mit Ihnen sprechen. Also wir haben ein Problem mit dem Auto. Und ich sagte, okay, hast du Kinder? Ja. Bist du verheiratet? Ja, katholisch, ja. Okay, okay, Wiedersehen. Und dann bin ich da raus. Und zwei Tage später haut mich der Typ in der Bar und sagt, hier vorne liegt die Lichtmaschine. Das ist nur ein Geschenk, du brauchst das nur akzeptieren. Alles okay, aber ab jetzt gehörst du ja zum Viertler. Das war mein erster Kontakt mit Cosa Nostra. Also das war, damals, heute hat sich das sehr verändert. Also diese ganze Schutzgeldgeschichte gibt es in Rom schon lange nicht mehr. Aber ich kann mich noch an diese Zeiten sehr genau erinnern. Also ich hab den, ich hab leider, leider, leider das Attentat, als die Mafia den Lateran-Basilik angegriffen hat und eine Bombe gesprengt hat, hab ich da gewohnt. Das war Zufall. Also ich hab 300 Meter davon gewohnt. Ich bin mit der Mofa da hoch. Das weiß ich noch genau. Ich war einer der Ersten an dem Tatort. Und ich hab die Menschen noch gesehen, die also schwer verletzt waren, die völlig orientierungslos, die Mafia hatte damals eine Autobombe neben der römischen Hauptkirche gezündet, weil wenige Tage vorher Papst Johannes Paul II. gesagt hat, entweder ihr bekehrt euch oder wir gehen gegen euch vor. Und das war das erste Mal, dass die Kirche der Mafia gedroht hat. Und die haben dann wirklich brutal zurückgeschlagen. Also ich kann mich leider gut daran erinnern. Und es hat sich dann sehr verändert. Die haben ja vier Priester ermordet, relativ schnell hintereinander in Palermo. In Rom haben sie eine zweite Kirche in die Luft gesprengt. Also das gab einen Krieg zwischen Kirche und Cosa Nostra. Über den du dann sicherlich natürlich auch ein bisschen intensiver berichtet hast. Du bist an den Päpsten tatsächlich echt nah dran. Weißt zum Beispiel auch jetzt zur Ostermesse war Papst Franziskus. Ihm ging es, glaube ich, nicht so besonders gut. Also wie steht es um ihn? Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war, ich mache das ja sehr lange, weißt du. Für mich war das Auftauchen von Franziskus so eine unglaubliche Überraschung. Für alle. Das war so ein, also ich bin es so gewohnt gewesen. Immer wenn ich den Papst getroffen habe, habe ich selbstverständlich sowohl zu Johannes Paul II. auch zu Benedikt XVI. immer gesagt Heiliger Vater. Das war das erste Wort, das ich zu einem Papst gesagt habe. Und als ich das zum ersten Mal zu Franziskus gesagt habe, im Flugzeug, klopfte er mir so auf die Schulter und sagte, wie läuft es denn so, Heiliger Sohn? Und ich war so völlig perplex. Und da schreibt er mir, da haben wir gerade uns unterhalten, das war auf der letzten Auslandsreise. Ich war so perplex. Aber wir verstanden uns auch von Anfang an so gut, weil er spricht sehr gut Deutsch. Er hat dann mit mir über den Wein in Deutschland geredet. Und er spricht unglaublich offen über seinen Job. Er sagt ganz offen, das ist so schwer. Das fällt mir auch so schwer. Und jetzt auf der letzten Auslandsreise nach Malta war, und das war für mich wirklich tragisch, ich habe das bei Johannes Paul II. sehr deutlich erlebt, diese Krankheit, diesen Verfall, und ihn jetzt so leiden, aber auch so kämpfen zu sehen, der ist jeder Schritt, tut so weh, der hat so starke Schmerze in den Knien, weil es zum ersten Mal in einem Rollstuhl, und dieses volle Risiko, dass er geht, also wir waren mit ihm im Irak, in Bagdad, welcher Papst riskiert sowas? Wir sind überall dahin gefahren, wo es wirklich weh tut. Also ganz ehrlich, mir fehlt ein bisschen die Zeit von Benedikt. Da waren wir in New York, das war super. Da sind wir von Fifth Avenue shoppen gegangen, großartig. Aber Franziskus fährt mit uns, was weiß ich, irgendwie Madagaskar in das schlimmste Abendviertel, das man sich vorstellen kann. Der legt wirklich die Hand in die Hunde. Aber das ist ja doch der richtige Mann da an der Stelle. Es ist der richtige Mann, es ist ein großartiger Papst, der auch viele Fehler macht, muss man auch mal sagen. Was sagst du denn zu seinen politischen Äußerungen jetzt? Ich habe gerade das gesagt, der auch große, mein Job ist es, die Pepse zu beobachten. Ich bin weder ihr Anwalt noch ihr Verteidiger. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, er hat einen großen Fehler gemacht jetzt, in der Einschätzung, einen riesengroßen Fehler. In der Einschätzung zur NATO? Genau, und das ist richtig. Und es ist offensichtlich, dass diese Alte, dass ihm das entgleitet. Also er sagt jetzt, das sogar manchmal entschuldigt, und er sagt, ich kann mich nicht erinnern. Oder er sagt, es tut mir leid, ich brauche ein bisschen länger, aber er ist 85. Ist denn ein Rücktritt bei ihm? Er sagt immer das Gleiche, wenn man ihm diese Frage stellt, sagt er, im Vatikan ist für zwei zurückgetretene Päpste kein Platz, maximal einer. Und zurückgehen nach Argentinien kann er nicht. Und deswegen sagt er, ich werde, solange ich kann, bleiben. Und er sagt auch, die Armen dieser Welt haben ein Recht darauf, dass ich jetzt nicht verschwinde. Also, und es ist ein unheimlich humoriger Mann. Franziskus hat den Vatikan total aufgemischt. Da wird zum ersten Mal gelacht. Also es ist, schon wenn er kommt, er hat sich ja einen Reno 4 schenken lassen von einem Priester aus dem Apennin. Der hat 490.000 Kilometer auf der Uhr und die Seitentür ist kaputt. Das heißt, Ostern steht ja die ganzen Staatskarossen der Bundeskanzler, Präsidenten. Und dann kommt als letztes der Reno 4 des Papstes. Der Papst hält die Tür zu, weil er sie nicht zumachen kann. Und geht dann zum Haupthaltar. Und alle sehen diesen, wie gesagt, jetzt stark verletzten, schwer kranken Mann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es jemand geschafft hat, das Ruder in der Kirche nochmal umzureißen, dann hat er das wirklich mit allem in seiner Kraft stehenden Mitteln versucht. Also du hast mir vorhin erzählt, dass du als das letzte Mal hier warst, dass du dich so gefreut hast, weil so viele Resonanzen aufgekommen sind von Zuschauern. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass du brennst, dass du diese Leidenschaft mitbringst und uns ein bisschen mit in eine Welt führst, die ja immer noch sehr geheimnisvoll auch ist. Und sicherlich auch viele deiner Touristen, die du dann durch Rom führst, auch irritiert, wenn du wirklich die aus deiner Sicht recherchierte Wahrheit da erzählst. Deshalb kann ich dein Buch, möchte ich den Leuten nur ans Herz legen. Und es gibt auch eine Buchverlosung. Ich glaube, wir hauen ganze vier Stück raus. Meine Damen und Herren, bitte melden Sie sich, bitte melden Sie sich. Nein, schreiben Sie uns und wir werden Ihnen selbstverständlich das Buch zukommen lassen. Mein lieber Andreas, es wird Zeit, dass du einfach wiederkommst. Ich danke dir sehr. Andreas Englisch, danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.